Willkommen zum Epoch Times Podcast Nr. 879 mit dem Thema Arbeitsagenturchef, wir brauchen 400.000 Zuwanderer pro Jahr Ein Artikel vom 24. August 2021 Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, appelliert an die Bundesregierung, deutlich mehr Zuwanderer ins Land zu holen, als in den vergangenen Jahren. Fakt ist, Deutschland gehen die Arbeitskräfte aus, sagte er der Süddeutschen Zeitung. Durch die demografische Entwicklung nehmen die Zahl der potenziellen Arbeitskräfte im typischen Berufsalter bereits in diesem Jahr um fast 150.000 ab. In den nächsten Jahren wird es viel dramatischer, so Scheele. Deutschland könne das Problem nur lösen, indem es etwa ungelernte Qualifizierte, Arbeitnehmer mit unfreiwilliger Teilzeit länger arbeiten lasse und vor allem, indem es Zuwanderer ins Land hole. Das müsse die neue Bundesregierung alles anpacken. Wir brauchen 400.000 Zuwanderer pro Jahr, also deutlich mehr. als in den vergangenen Jahren. Von der Pflege über Klimatechniker bis zu Logistikern und Akademikern. Es werden überall Fachkräfte fehlen, so der Arbeitsagenturchef. Auf mögliche Widerstände gegen Migration angesprochen, sagte er, man kann sich hinstellen und sagen, wir möchten keine Ausländer. Aber das funktioniert nicht. Scheele kritisierte Firmen, die hohe Dividenden ausschütten, obwohl sie in der Corona-Krise hohe Summen für Kurzarbeit bekamen. Das hat schon ein gewisses Geschmäckle, aber für seinen Ruf ist jedes Unternehmen selbst verantwortlich. Scheele erwartet, dass die Arbeitslosigkeit weiter sinkt. Die Kurzarbeit habe sich auf heller und pfennig gelohnt. Die großzügigen Zuschüsse müssten nicht verlängert werden. Am 31.12. sollte mit der Kurzarbeit Schluss sein, was die erweiterten Leistungen betrifft. Die Arbeitsagentur habe bisher 6000 Hinweise auf möglichen Missbrauch der Kurzarbeit erhalten und wegen Anfangsverdachts 133 Fälle an Polizei und Staatsanwalt gegeben. Die Zahlen zeigen, Betrug und Missbrauch sind kein Massenphänomen, so Scheele. Bis Brot ich ess, des Lied ich sing. In Zeiten von Twitter und Facebook hat diese Redewendung aus der Zeit der Minnesänger neu an Bedeutung gewonnen. Bis Brot ich ess, des Lied ich sing, bedeutet in der Medienwelt, dass Zeitungen die Interessen derer vertreten, die sie bezahlen. In Deutschland sind dies meist Parteien, Werbekunden oder Stiftungen einflussreicher Geldgeber. Die Epoch Times ist frei von allen solchen Einflüssen und steht allein in der Verantwortung derer, die sie finanziert, nämlich Ihnen, unseren Lesern. Die Epoch Times bietet Ihnen einen investigativen Journalismus, der Tatsachen aufdeckt und sich nicht von einer Agenda oder politischen Korrektheit einschränken lässt. Wenn auch Ihnen wirklich unabhängige und unzensierte Informationen wichtig sind, dann finden Sie diese in der neuen Wochenzeitung der Epoch Times. Zum Preis von nur einer Tasse Kaffee erhalten Sie nachhaltige Geistesnahrung für eine ganze Woche. Bestellen Sie die Epoch Times jetzt gratis drei Wochen lang zum Kennenlernen und lesen Sie den Unterschied.